Bevor diese drei Grabkammern in der neu konzipierten Ausstellung an prominenter Stelle gezeigt werden können, werden sie erst einmal aufwendig restauriert. Als Kriegsbeute wurden sie in die Sowjetunion verschleppt und kamen erst 1958 wieder nach Berlin zurück. Mit einem speziellen Laser wird die Verschmutzung schonend entfernt, damit die Grabreliefs wieder an altem Glanz erstrahlen. Auch bei der Restaurierung sind die Zeichnungen der Lepsius-Expedition von großer Bedeutung. Zeigen sie doch den ursprünglichen Zustand. Alle Aspekte des täglichen Lebens können in diesen Bildern abgelesen werden. Nur darum ging es Lepsius, einen authentischen Einblick in die Lebenswirklichkeit vor 4000 oder 4500 Jahren zu geben. Opfer-Szenen wie diese vom Grab des Manofer geben Einblicke in den Alltag des alten Ägyptens. Hier wird Viehzucht und Ackerbau betrieben. Hier werden Tiere geschlachtet als Opfergaben für das Leben nach dem Tod. Am Grab des Manofer können wir buchstäblich den altenägyptischen Bildhauern zuschauen. Von der Vorzeichnung über die rohe Ausführung bis hin zur Modellierung der Oberflächen und schließlich der Bemalung. Ein Handbuch der altenägyptischen Steintechnik.